Wow! Cool! Ach, ne, ich glaube, das sieht man, dass du Spider-Man bist. Also ich weiß nicht, Spider-Man's Humor, okay, also manchmal ganz witzig. Aber... Okay, dann überprüfen wir das doch mal. Na toll. Na, dann komm mal her! Ey! Nein, du tust mir auch nicht weh. Jetzt zahle ich's dir heim! Okay, das war's. Alles klar. Interagieren. Was können wir denn hier Schönes machen? Ah, das Tor öffnen! Cool! Okay, verdammt. Das bleibt nicht lange so. Gut, aber ich weiß schon, wo wir hin müssen. Und zwar hier hoch. Und zwar hier hoch. Wie aus dem Lehrbuch. Okay. Ach du Scheiße. Ich hab... Ich hab... Hey, wie wär's mal... So! Sag mal, mit deinem blöden Messer hier! Was fällt dir eigentlich ein? Wow! Spider-Man ist ja ganz gut. Im Wrestling. Die Kombos, die gefallen mir eigentlich echt sehr gut. Die sind echt richtig cool. Und wir haben ein neues Upgrade. Sehr schön. Geht ganz schön schnell. Gucken wir doch auch gleich mal nach. Ähm... Netzhüpfer. Netzhieb mit R1 bei weiter entfernten Gegnern und dann Dreieck bevor du ihn erreichst, um weiter von ihm zurück zu prallen. Hört sich nicht schlecht auf. Äh... Hört sich nicht schlecht auf? What the fuck? Was rede ich wieder von Scheiß? Äh... Sieht nicht schlecht aus. Nehmen wir mit. So. Hier rüber, oder wie? Yo. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein. Los, gehen wir. Okay. Mein gute Tatenpensum ist erfüllt. Wir sollten uns verabschieden. Das Gute? Wir sind fast draußen. Wenn wir durch den Laderaum sind, kommen wir in den Innenhof. Gibt's doch was Schlechtes? Doch. Wir glauben es eh, dass ihre Zeit hier gut wäre... So. Wohin? 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 Ähm... Nein! Eigentlich wollte ich das jetzt nicht, Spider-Man. Wow... Ah, einfach über drü- Oben drüber wegklettern, würde ich mal sagen. Wenn unser Spidey hier schon... So beweglich ist ... Und der spektakuläre Spider-Man befreit die elegante Dame in Hüten. Ich sage später danke. Hey, kommen Sie zurück! Sie könnten sich bedanken, indem Sie in Ihre Zelle zurückgehen. Na, Spider-Man machte darum jetzt mal keine Sorgen. Wir müssen weiter. Ah. Halt, falsch. Nicht L1, sondern R1. Ah, und wieder mehr Gegner, alles klar. So, jetzt können wir das mal gleich was probieren. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät gedrückt. So, Freunde. Einmal für euch. Und du auch noch. Halten, ansehen. Was? Keine Ahnung, ist wieder weg. Gut, jetzt gehen wir mal zu Connors her. Jetzt musst du mich wohl durchlassen. Okay. Hier oben. Einmal wieder durch den Lüftungsschacht, Spidey. Damit wir dann das Tor öffnen können. Ist hier jemand? Nö, sieht nicht so aus. Gut. 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 Wir sehen uns draußen. Könntest du dafür sorgen, dass jemand auf mich schießt? Durchhalten, Doc. Bin dabei. Ähm. Okay. Gut. Hier raus. Ah, na toll. Wir müssen natürlich wieder den umständlichen Weg gehen. So, einmal hier hoch. Oh, shit. Jetzt ist er mir mal runtergefallen. So, komm mal da hoch jetzt. So, genau. Und runter. weiter. Hä? Du bist ein Gegner. So, okay. Ja, wusste ich nicht. Ich hab gedacht, du bist ganz brav. Anscheinend auch nicht. Gut. So, dann weiter im Text. Okay, wo muss ich jetzt durch? Nope. Nope. Ha. Spidey, wo musst du hin? Sag es mir. Sprich mit mir. Oder sollte ich den jetzt hier nur ausschalten? Ah, durchs Fenster. Natürlich. Geh mal auf. Du bist zu bot für ein Wasserspeier. Na, warte. Okay, warte. So, komm her. So, weg mit dir. Okay. Gut. Gut, das sieht so aus, als hätten wir jetzt alle. Okay, ich sag's mal was. Nee, doch nicht. Da steht noch einer. Komm mal her. Du bist erledigt. Alles klar. Noch einer. Kommt hier alle her, man. Mann, da hat er echt so viele Schützen. Alles klar. So. So. Freunde. Moment. Nee, ich will erst mal hier die anderen ausschalten. Dann kümmere ich mich um euch. So, komm her. Sehr schön. Also die Moves gefallen mir echt sehr gut vom Batman. Danke, Peter. Ich dachte, ich wäre erledigt. Reinzukommen war viel leichter als wieder raus. Sieht aus, als würden alle ausbrechen. Toll. Darum kümmere ich mich später. Na los, Doc. Wohin gehen wir jetzt? Ich hätte zwar echt gerne mal ne Pause, aber wir müssen zu meinem Apartment. Korps. Natürlich. Schnall sie sich an, Connors. Okay, gut. Ja, ich habe gerade Batman gesagt. Ich bin gerade so ein bisschen auch noch im Batman-Fieber und im Spider-Man-Fieber. Tut mir leid, ich verwechsel jetzt die beiden mal ganz kurz, die beiden Spiele. Ja, Spider-Man. Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon öfters Batman aus Versehen gesagt habe. Keine Ahnung. Falls ja, verzeiht es mir. Ich meine natürlich Spider-Man. Ja, also die kleine Spinne. Definitiv hat saukoole Moves. Die gefallen mir wirklich richtig gut, was Spider-Man da alles drauf hat, machen kann. Ich finde es gerade noch ein bisschen zu leicht, aber mal gucken, ob die Kämpfe auch schwerer werden. Aber ansonsten, also die Moves von Spider-Man echt hammergeil. Finde ich echt cool. So, und wir können jetzt hier mal wieder ein bisschen mehr lesen. Im Ernst, Spider-Man, was zum Teufel? Ach du Scheiße, die Ex ist wieder frei. Ja, bedanke dich bei Spider-Man. Was für eine Bedrohung. Das muss ein Missverständnis sein. Das kann nicht stimmen. Bin gerade in mein neues Haus eingezogen. Die Versicherung will den Schaden wegen dieses Riesenroboters nicht zahlen. Spider-Man, Gefängnisausbruch? Nee. Er war da. Es gibt Bilder, wie er vom Tatort flieht mit Connors Huckepack. Was willst du denn noch? Okay. Nach der großen Flucht bringt Spider-Man Connors in sein Apartment, um ein Heilmittel herzustellen, das alle Infizierten heilen kann. Gut, dann kümmern wir uns doch mal darum. Ich hätte nie gedacht, mein Herzen mal so zu sehen. Schöne Stadt, was? Eine Stadt, in der ich fast zerstört hätte. Alles Vergangenheit, Connors. Jetzt ist die Zukunft wichtig. Oder erstmal die Gegenwart. Gehen wir in meine Wohnung. Abgefahren! Okay, gut. Wir gehen mit Connors jetzt ein Heilmittel erstellen. Und wir haben schon wieder ein neues Upgrade. Darum kümmern wir uns später. Wir werden jetzt hier erstmal hochgehen. So. Und wo komme ich jetzt hier rein? Okay, das war es schon, okay. Aber da, okay, okay. Ich hatte recht, ihr habt die Nachrichten gesehen. Spider-Man haut die Echse raus. Verstehe ich nicht. Er hat ihn doch nach Beloit gebracht. Glaubst du, das hat was mit diesem Riesenroboter zu tun? Auf keinen Fall. Kurt Connors ist kein Robotertyp. Schon die Nachrichten gesehen. Oscorp hat uns bei diesem Riesenroboter geholfen. Lass die mal in Ruhe. Als ob ich Oscorp vertrauen würde. Vergiss es, Mann. Ich bin ein Mädchen. Hey, wollen wir uns treffen? Oh Gott. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Ja. Tür-zu-Tür-Service. Ist nicht viel, aber ein ruhiger Ort zum Arbeiten. Während Sie das Gegenmittel entwickeln. Wohnst du hier? Machen Sie Witze? Ich könnte mir hier nicht mal den Schrank leisten. Ich hüte nur das Haus über den Sommer. Es gehört Stan, einem alten Freund meiner Tante May. Also, ich weiß ja nicht. Die andere Option ist die Rückkehr ins Echsenlabor. In der Kanalisation. Das hier reicht. Wo sollen wir das Labor aufbauen? Hier drüben. Ich schätze, wir besorgen erstmal die Ausrüstung für die Arbeit am Gegenmittel. Da ist der Computer. Etwas alt, aber er läuft. Ein paar Bücher als Referenz da drüben. Da ist auch eine Kopie von Spleis des Lebens bei. Und der Fernseher. Schätze, wir sollten sehen, ob wir es in die Nachrichten geschafft haben. Waren heute schockiert, als Kurt Connors, die Echse persönlich, aus der Beloit Nervenheilanstalt flog. Hilfe bekam er vom selbständernden Ordnungshüter Spider-Man. Es gibt kein klares Motiv für den Ausbruch. Die Polizei hat eine stadtweite Suche nach diesen extrem gefährlichen Flüchtlingen gestartet. Anscheinend schon. Fantastisch, jetzt halten sie dich für den Schulden, Peter. Das ist alles meine Schuld. Doc, wenn wir beide ein Heilmittel entwickeln, werden wir Helden sein. Ich ruf Gwen an und schau mal, was los ist. Warte, wirst du es ihr sagen? Das muss ich. Noch ein weiterer Grund für das Gegenmittel, was? Also, was brauchen wir, um ihr Labor einzurichten? Zunächst mal meine Forschungsergebnisse. Die Daten sind auf einem Tablet mit einem Ouroboros-Zeichen gespeichert. Es wird nicht leicht zu finden sein. Kein Problem. Ich bin schon bei Oscorp reingekommen. Ich schaffe es wieder. Peter, sei vorsichtig. Wenn Oscorp meine Arbeit heimlich fortgesetzt hat, wissen wir nicht, was uns erwartet. Das ist nicht dasselbe Serum, das mich verändert hat. Es ist jetzt ein Virus. Das habe ich gehört. So, bereit, Gott zu spielen? Du erinnerst mich an ihn. Deinen Vater. Das ist Gwen. Pete. Gwen. Schön, dass es dir gut geht. Hör zu. Ich bin gerade bei Connors. Ich weiß, Peter. Alle wissen es. Du hast ihn aus dem Gefängnis befreit? Es ist eine Psychiatrie. Bist du verrückt geworden? Du weißt, was Connors dieser Stadt angetan hat. Er hat dieses Problem erst erschaffen. Und er kann ein Gegenmittel entwickeln. Das ist nicht die Echse. Das ist Dr. Connors. Kann er meinen Vater zurückbringen? Gwen. Ich vertraue dir, Peter. Aber ich kann ihm nicht vertrauen. Es tut mir leid. Ich hatte keine Wahl, aber er ist der Schlüssel, dir zu helfen. Und ich möchte, dass du seine Forschung für mich findest. Ich kann nicht. Dr. Smythe hat sie in die Oscorp Archive geschickt. Halt nur noch ein bisschen durch. Ich bin unterwegs. Beeil dich, Pete. Ich weiß, dass wir unter Quarantäne stehen, aber wir sind wie Gefangene. Smythe sagt, er arbeitet an einer Lösung. Ich hole dich da raus, Gwen. Das hoffe ich. Gwen hat viel mitgemacht. Ich habe ihren Vater ermordet, Peter. Sie haben niemanden getötet. Es war die Echse. Ich möchte dir glauben. Wir müssen Gwen überzeugen. Okay, gut. Infizierte Bevölkerung, 519. Ganz schön gestiegen. Wir haben ein neues Upgrade. Das gucken wir uns dann gleich mal an. Ich weiß nicht. Ich glaube mal, wir nehmen Netz-Sprint-Timer. Was machen wir damit? Er hört die Konzentrationszeit beim Netz-Sprint, bevor du zur normalen Geschwindigkeit zurückkehrst. Ja, klingt ganz gut. Das nehmen wir mit. Gut. Und dann mache ich hier erstmal einen Cut. Und im nächsten Part suchen wir mit Spider-Man nach der Ausrüstung für Dr. Connors. Bis dahin. Ciao. Man hat ja echt so viele Schützen. Oh, das wird Beto. Alles klar. So. So. Freunde. Moment. Nee, ich will erstmal hier die anderen ausschalten. Dann kümmere ich mich um euch. So, komm mal her. Sehr schön. Also, die Moves gefallen mir echt sehr gut vom Batman. Danke, Peter. Ich dachte, ich wäre erledigt. Reinzukommen war viel leichter als wieder raus. Sieht aus, als würden alle ausbrechen. Toll. Darum kümmere ich mich später. Na los, Doc. Wohin gehen wir jetzt? Ich hätte zwar echt gerne mal eine Pause, aber wir müssen zu meinem Apartment. Korps. Natürlich. Schnall sie sich an, Connors. Okay, gut. Ja, ich habe gerade Batman gesagt. Ich bin gerade so ein bisschen auch noch im Batman-Fieber und im Spider-Man-Fieber. Tut mir leid, ich verwechsel jetzt die beiden mal ganz kurz, die beiden Spiele. Ähm, ja, Spider-Man. Entschuldigung. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon öfters Batman aus Versehen gesagt habe. Keine Ahnung. Falls ja, verzeiht es mir. Ich meine natürlich Spider-Man. Ähm, ja, also die kleine Spinne, äh, definitiv hat saukoole Moves. Die gefallen mir wirklich richtig gut, was Spider-Man da alles drauf hat, machen kann. Äh, ich finde es gerade noch ein bisschen zu leicht, aber mal gucken, ob die Kämpfe auch schwerer werden. Aber ansonsten, also die Moves von Spider-Man echt hammergeil. Finde ich echt cool. So, und, äh, wir können jetzt hier mal wieder ein bisschen mehr lesen. Im Ernst, Spider-Man, was zum Teufel? Ach du Scheiße, die Ex ist wieder frei. Ja, bedanke dich bei Spider-Man, was für eine Bedrohung. Das muss ein Missverständnis sein, das kann nicht stimmen. Bin gerade in meinem, neu, in mein neues Haus eingezogen. Die Versicherung will den Schaden wegen dieses Riesenroboters nicht zahlen. Spider-Man, Gefängnisausbruch? Nee. Er war da, es gibt Bilder, wie er vom Tartout flieht mit Connors Huckepack. Was willst du denn noch? Okay. Nach der großen Flucht bringt Spider-Man Connors in sein Apartment, um ein Heilmittel herzustellen, das alle Infizierten heilen kann. Gut, dann kümmern wir uns doch mal darum. Wow, ich hätte nie gedacht, mein Herzen mal so zu sehen. Schöne Stadt, was? Eine Stadt, in die ich fast zerstört hätte. Alles Vergangenheit, Connors. Jetzt ist die Zukunft wichtig. Wow. Cool. Man. Ach, nee, ich glaube, das sieht man an, dass du Spider-Man bist. Oder besser. Also, ich weiß nicht, Spider-Man's Humor, okay, also manchmal ganz witzig, aber... Peter, hier drüben. Ich öffne das Tor. Ich dachte schon, mit mir wär's aus. Sei vorsichtig. Es brecht alles einfach zusammen. Alles klar. Warten Sie auf mich? Natürlich. Die Überwachungsmonitore zeigen, dass der Gang frei zu sein scheint. Okay, dann überprüfen wir das doch mal. Zumindest ein paar Türen sind noch zu. Der Zirkus wird langsam anstrengt. Schließmechanismus deaktiviert. Na toll. Tanzen wir, Spinnenjunge. Und uns sperren sie ihn? Na, dann komm mal her. Wir haben noch mehr Schmerz. Ey. Nein. Du tust mir auch nicht weh. Jetzt halte ich's dir heim. So. So. Okay. Das war's. Alles klar. Interagieren. Was können wir denn hier Schönes machen? Ah. Das Tor öffnen. Cool. Okay. Verdammt. Das bleibt nicht lange so. Gut. Aber ich weiß schon, wo wir hin müssen. Und zwar hier hoch. So. Dann einmal wieder durch den Lüftungsschacht. Ist hier irgendwer? Ah, der kommt da nicht rein. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Wieso weinst du? Ich hab nichts damit zu tun, aber du glaubst du dir sehen. Bleib einfach hier, Kumpel. So. Wie aus dem Lehrbuch. Okay. Ach, die Scheiße. Ne, wie wär's mal. So. Sag mal, mit deinem blöden Messer hier. Was fällt dir eigentlich ein? Wow. Spider-Man ist ja ganz gut. Im Wrestling. Die Kombos, die gefallen mir eigentlich echt sehr gut. Die sind echt richtig cool. Und wir haben ein neues Upgrade. Sehr schön. Geht ganz schön schnell. Gucken wir doch auch gleich mal nach. Netzhüpfer. Netzhieb mit R1 bei weiter entfernten Gegnern. Und dann Dreieck, bevor du ihn erreichst, um weiter von ihm zurück zu prallen. Hört sich nicht schlecht auf. Hört sich nicht schlecht auf? What the fuck? Was rede ich wieder von Scheiß? Sieht nicht schlecht aus. Nehmen wir mit. So. Hier rüber, oder wie? Yo. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein. Los, gehen wir. Okay. Mein gute Tatenpensum ist erfüllt. Wir sollten uns verabschieden. Das Gute? Wir sind fast draußen. Wenn wir durch den Laderaum sind, kommen wir in den Innenhof. Gibt's doch was Schlechtes? Doch. Wir können glauben sie, dass ihre Zeit hier gut wäre. So. Wohin? 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 Eigentlich wollte ich das jetzt nicht, Spider-Man. Ah, einfach oben drüber wegklettern, würde ich mal sagen. Wenn unser Spidey hier schon so beweglich ist. Und der spektakuläre Spider-Man befreit die elegante Dame in Hüten. Ich sage später danke. Hey, kommen Sie zurück! Sie könnten sich bedanken, indem Sie in Ihre Zelle zurückgehen. Na, Spider-Man machte darum jetzt mal keine Sorgen. Wir müssen weiter. Ah. Halt, falsch. Nicht L1, sondern R1. Ah, und wieder mehr Gegner, alles klar. So, jetzt können wir das mal gleich was probieren. Okay, ich glaube ich habe ein bisschen zu spät gedrückt. So, Freunde. Einmal für euch. Und du auch noch. Halten, ansehen. Was? Keine Ahnung, ist wieder weg. Gut, jetzt gehen wir mal zu Connors her. Okay. Hier oben. Einmal wieder durch den Lüftungsschacht, Spidey. Damit wir dann das Tor öffnen können. Ist hier jemand? Nö, sieht nicht so aus. Gut. Wir sehen uns draußen. Könntest du dafür sorgen, dass niemand auf mich schießt? Durchhalten, Doc. Bin dabei. Okay. Ähm. Okay. Gut. Dann hier raus. Ah, na toll. Wir müssen natürlich wieder den umständlichen Weg gehen. So, einmal hier hoch. Oh shit, jetzt ist er mir runtergefallen. So, komm mal da hoch jetzt. So, genau. Und runter. Und runter. Gut. Hä? Du bist ein Gegner. So, okay. Ja, wusste ich nicht. Ich hab gedacht, du bist ganz brav. Oh, anscheinend auch nicht. Gut. So, dann weiter im Text. Okay, wo muss ich jetzt durch? Nope. Nope. Spidey, wo musst du hin? Sag es mir. Sprich mit mir. Oder sollte ich den jetzt hier nur ausschalten? Ah, durchs Fenster. Natürlich. Na, warte. Okay, warte. So, komm her. So, weg mit dir. Okay. Gut. Gut, das sieht so aus, als hätten wir jetzt alle. Nee, doch nicht. Da steht noch einer. Komm mal her. Alles klar. Noch einer. Kommt hier alle her, Mann. Oder erst mal in die Gegenwart. Gehen wir in meine Wohnung. Haha, gefahren. Okay, gut. Wir gehen mit Connors jetzt ein Heilmittel erstellen. Und wir haben schon wieder ein neues Upgrade. Darum kümmern wir uns später. Wir werden jetzt hier erstmal hochgehen. So. Und wo komme ich jetzt hier rein? Okay. Das war schon okay. Aber da, okay, okay. Ich hatte recht. Ihr habt die Nachrichten gesehen. Spider-Man haut die Echse raus. Verstehe ich nicht. Er hat ihn doch nach Beläubt gebracht. Glaubst du, das hat was mit diesem Riesenroboter zu tun? Auf keinen Fall. Kurt Connors ist kein Robotertyp. Schon die Nachrichten gesehen. Stan Oscorp hat uns bei diesem Riesenroboter geholfen. Lass die mal in Ruhe. Als ob ich Oscorp vertrauen würde. Vergiss es, Mann. Ich bin ein Mädchen. Hey. Wollen wir uns treffen? Oh Gott. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Tür-zu-Tür-Service. Ist nicht viel, aber ein ruhiger Ort zum Arbeiten. Während Sie das Gegenmittel entwickeln. Wohnst du hier? Machen Sie Witze? Ich könnte mir hier nicht mal den Schrank leisten. Ich hüte nur das Haus über den Sommer. Es gehört Stan, einem alten Freund meiner Tante May. Also, ich weiß ja nicht. Die andere Option ist die Rückkehr ins Echsenlabor. In der Kanalisation. Das hier reicht. Wo sollen wir das Labor aufbauen? Hier drüben. Ich schätze, wir besorgen erstmal die Ausrüstung für die Arbeit am Gegenmittel. Da ist der Computer. Etwas alt, aber er läuft. Ein paar Bücher als Referenz da drüben. Da ist auch eine Kopie von Spleis des Lebens bei. Und der Fernseher. Schätze, wir sollten sehen, ob wir es in die Nachrichten geschafft haben. ...waren heute schockiert, als Kurt Connors, die Echse persönlich, aus der Beloit-Nervenheilanstalt flog. Hilfe bekam er vom selbständernden Ordnungshüter Spider-Man. Es gibt kein klares Motiv für den Ausbruch. Die Polizei hat eine stadtweite Suche nach diesen extrem gefährlichen Flüchtigen gestartet. Anscheinend schon. Fantastisch. Jetzt halten sie dich für den Schurken, Peter. Das ist alles meine Schuld. Doc, wenn wir beide ein Heilmittel entwickeln, werden wir Helden sein. Ich rufe Gwen an und schau mal, was los ist. Warte, wirst du es ihr sagen? Das muss ich. Noch ein weiterer Grund für das Gegenmittel, was? Also, was brauchen wir, um ihr Labor einzurichten? Zunächst mal meine Forschungsergebnisse. Die Daten sind auf einem Tablet mit einem Ouroboros-Zeichen gespeichert. Es wird nicht leicht zu finden sein. Kein Problem.